Migrations-Doc bei Ilna Europa darf nicht mutwillig zerstört werden In der Diskussion bei Maybrit Ilna ging es hitzig zu, als CDU-General Carsten Linnemann für eine restriktivere Einwanderungspolitik plädierte und betonte, dass man nicht bereit sei zuzuschauen, wie Europa mutwillig zerstört wird. Grünen-Chefin Ricarda Lang widersprach vehement und betonte, dass Grenzschließungen nicht die Lösung seien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schloss sich lang an und betonte die Notwendigkeit, die Gespräche über eine gemeinsame europäische Lösung im Migrationsstreit wieder aufzunehmen. Alle Beteiligten waren sich einig, dass es wichtig sei, eine tragfähige und humane Lösung zu finden, um die Herausforderungen der Migration in den Griff zu bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob die Diskussion bei Maybrit Ilna dazu beitragen wird, die festgefahrenen Verhandlungen im Migrationsstreit wieder in Bewegung zu bringen. Es ist jedoch klar, dass die Diskussion über Migration und Integration in Europa weiterhin kontrovers und emotional geführt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017